Ja, guten Tag, mein Name ist Stefan Laurin, ich bin freier Journalist und mache das Blog Ruhrbarone und ich möchte euch ein Projekt vorstellen, von dem ich glaube, dass es für das Ruhrgebiet sehr wichtig ist. Es nennt sich VEB Atlas Ruhr. VEB, das sind die volkseigenen Betriebe in der DDR, die sehr unwirtschaftlich waren häufig, die politisch gesteuert wurden, in denen viel Filz war und die mit der eigentlichen Idee, dass öffentliche Betriebe eigentlich für die Daseinsvorsorge sind, eigentlich so richtig viel nicht mehr zu tun hatten. Und so ein bisschen ist das Ruhrgebiet, die kleine DDR im Westen, wir haben hier einen extrem engen Filz der Parteien, wir haben viele Leute, die gleichzeitig in Parlamenten sitzen, in Rathäusern sitzen und die wichtige Funktion in Unternehmen haben und diese Unternehmen haben eigentlich ganz oft auch gar nichts mehr mit den Bürgern zu tun, sind nicht mehr dafür da, dass die billigen Strom kriegen oder preiswerte Wohnungen haben, sondern da geht es dann wirklich darum, Parteifreunde zu finanzieren und unterzubringen. Das ist eigentlich schade, weil die Idee von Unternehmen, die der öffentlichen Daseinsvorsorge dienen, eigentlich eine gute Idee ist. Und wenn man das verfilzt, macht man eigentlich diese ganze Idee kaputt und denunziert die. Ich bin seit 20 Jahren Journalist im Ruhrgebiet, ich habe mir mehrere Geschäftsberichte angeschaut und Beteiligungsberichte von Städten und es tauchten Unmengen von Unternehmen auf, von denen ich noch nie gehört habe, die in der Öffentlichkeit überhaupt nicht auftreten und das werden im Ruhrgebiet Hunderte sein. Wir haben hier 53 Städte, vier Landkreise, alle haben eine Vielzahl an Beteiligungen, sind mit Energiekonzernen eng verflochten, besitzen zum Teil eigene Energiekonzerne, besitzen eigene Werbeagenturen und viele, viele Unternehmen mehr. Ich würde mich gerne damit beschäftigen, diese Unternehmen herauszufinden, zu gucken, was sie überhaupt machen, was sie kosten, was sie dem Bürger bringen, was sie vielleicht auch gar nicht bringen. Ich würde auch gerne mal sehen, wer ist denn da überhaupt beschäftigt, was für Leute sind das, welche Parteibücher haben die, wie sind die daran gekommen an diese Jobs, gibt es da sowas wie eine Qualifikation oder reicht es einfach nur, in der richtigen Partei oder richtigen anderen Organisationen drin zu sein. Und das würde ich gerne mal zusammenfassend für die gesamte Region darstellen. Das ist sehr aufwendig, das wird einige Zeit kosten, aber ich glaube, dass das nötig ist, weil nur wenn die Leute wissen, was mit ihrem Geld in ihren Städten passiert, können sie darüber reden, ob sie das möchten oder ob sie das nicht möchten. Die Sachen, die dabei herauskommen werden, die Ergebnisse meiner Recherche, werde ich im Internet veröffentlichen, zum Teil in meinem eigenen Blog Ruhrbarone, wo ich der Herausgeber bin. Es wird ein E-Book geben. Alle Informationen, die ich herausbekomme, werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Das finde ich ist eigentlich dabei ganz wichtig, weil es die Möglichkeit Bürgern, anderen Journalisten und Bloggern gibt, selber zu recherchieren, selber nachzufragen und noch selber zu schauen, was da noch rauszuholen ist. Also ich glaube, dass dieser Atlas, dieser VEB Atlas Ruhr weitere Recherchen anstoßen kann und zu einer Diskussion führen kann, einmal in der ganzen Region und hier wohnen immerhin 5 Millionen Leute, aber auch in jeder dieser einzelnen Stadt, weil die Bürger sich vielleicht fragen, was passiert denn da mit meinem Geld? Ich glaube übrigens, dass es gar nicht nur Bürger, Journalisten und Blogger interessieren wird. Ich glaube, dass viele der ehrenamtlichen Politiker, die in den Räten und Ausschüssen sitzen, selber den Überblick komplett verloren haben, was da in ihrem Namen passiert und dass sie das auch gar nicht mehr selbst beurteilen können. Auch für die wird es interessant sein, sich mal anzuschauen, was da alles so existiert, was es macht und wer da das Sagen hat und wie die Leute rangekommen sind. Wie gesagt, mit der Unterstützung in dem Projekt würde ich halt ermöglichen, dass im Ruhrgebiet, das schon eine arg verfilzte Gegend ist, in deutliches Maß mehr an Transparent kommt und eine Diskussion darüber, was Bürger eigentlich möchten an öffentlichen Unternehmen und was sie lieber nicht möchten und auch erfahren, wozu diese Unternehmen da sind. Ich würde mich freuen, wenn ihr das ganze Projekt teilt, unterstützt und ich freue mich auch vor allem darauf, wenn es dann fertig ist, euch die Sachen präsentieren zu können. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.